das werde ich auf jeden fall noch zu ende bauen müssen hier jetzt habe ich einmal angefangen damit hallo freunde ja willkommen auf meinem kanal ich bin hier am basteln meine gundam figur ich kann es euch mal kurz zeigen da meine gundam figur hier bin ich seit gestern wieder am basteln die nächste figur ich habe unterm tisch noch sechs stück und ja unterm tisch ist ein gutes stichwort und zwar während ich am basteln da bin wie auch immer klingelt einfach mal zweimal an der tür hier was soll ich sagen einmal und zweimal paket bekommen von verschiedenen postmenschen ja dazu hole ich die pakete gerade mal so da sind wir ja was haben wir für pakete bekommen nicht wirklich viel ja kleinere pakete und ja ich würde sagen unboxing mal wieder in letzter zeit sehr oft was bekommen ja wie kriegen wir das paket am besten auf hier ja am besten mit dem skalpel und ich schneide es mir einfach hier auf und ich schneide es mir einfach hier auf habe ich richtig auf nähe daneben so und hier unten ja was könnte drin sein ich warte ja noch auf 3 4 5 6 bestellungen oder so vielleicht ist davon ja sogar 1 2 10 oder so genau so ich leg das nie das lege ich mal hier oben drauf so na da freue ich mich zwei autos drei autos sogar aus ebay bekommen 3 autos von ebay bekommen und zwar geht es sich um diese drei schön stückchen tomica 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 ja ich packe das andere paket auch mal aus von hermes habe ich von hermes bekommen packen wir das einfach mal aus hier das schöne große paket das schöne paket wie jemand sagen würde aus unserer steffenbose community sei gegrüßt lieber schönen finder da er alles schön findet ich finde es lustig wie er mal alles schön findet ist ja auch gut man soll ja auch alles schön finden so ah oh ha hier das habe ich mir bestellt nicht zeitungen ganz viel reklame ganz viel reklame reklame rektale klame und hier ist das gute stück drin hier fällt die ganze zeitung ab hier großes sparjahr 2023 hm 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 ist das aber schon so lange unterwegs oh mit der bestellung oha ja wunderbar und diesmal diesmal eine wunderbare karte hier ist die äh quittung die tun wir mal weg und hier ist das gute stück hier oben hat er ein bisschen abplatze aber das stört mich nicht auf jeden fall ist die karte hier oben nicht geknickt und unten auch nicht geknickt ja wunderbar jetzt habe ich ihn in short karte auch ich habe ihn ja schon eine long karte und zwar der miata hängt da an meiner wand mit den leisten und jetzt habe ich ihn in short karte wunderbar und die karte wie man sieht hier oben nicht geknickt hier unten auch nicht geknickt ja so eine ganz leichte wölbung hier aber das ist wahrscheinlich aus dem aus der grabbel box oder so aber das stört am wenigsten hauptsache die karte ist gut bis auf hier oben da aber das ist halb so wild ja wunderbar ich warte allerdings noch auf ein paket wo der noch mal drin ist und der rote mit dem weißen streifen auch noch mal drin ist ja damit ich zwei zum auspacken habe für da stehen ja meine mats meine mats da ja kommen wir doch jetzt mal zu den drei tomikas ja genau das war in dem großen paket drin warum man ein großes paket dafür nehmen muss egal ja also den den habe ich gestern bekommen ja genau gestern bekommen auch von hermes glaube ich was hermes ich meine es war auch hermes mitsubishi pajero ja dann würde ich sagen ich hole den pajero einmal aus der packung ja hier da ist das gute stück zeige ich mal die packung von hinten von allen seiten 106 bla 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 hier ist noch ein schöner zettel ne wo war der zettel und zettel drauf geklebt jetzt etwas komisch habe ich irgendwie vertan egal ich wollte den misubishi mal raus ja natürlich ein geiles auto ich habe mir gestern schon angeguckt deshalb ist auch schon auf und die anderen drei beiden sind noch verpackt da ist das gute stück heute ist der nicht schick mit japanischen schriftzug ja vorne hätte man natürlich auch lampen andeuten können und hinten ganz klar und ja wie ihr seht türen lassen sich öffnen auch auf der beifahrer seite dabei auf der fahrer seite meine ich natürlich ist ja ein rechts lenker darf man das überhaupt noch sagen rechts lenker ja natürlich hat er wie man sieht am kotflügel da und unter der tür kleiner platze aber das ist nicht so schlimm denn er wird in der vitrine stehen und wahrscheinlich werde ich mit schwarzen edding mal oder schwarzer parbe mal ganz leicht drauf tupfen ja genau er hat auch die alten tomica felgen und er ist aber noch mit tomi ausgezeichnet die anderen haben der gara tommy drauf stehen hier steht noch tommy drauf also ich denke mal ich weiß nicht aus welchem er ist die packung hat auch schon ein bisschen hier farbabgriffe wie auch immer aber das ist nicht so schlimm ja hier steht kein ja drauf aber eine telefonnummer da könnte ich ja mal anrufen hallo wie alt ist das auto sagen die mir dann dann denke ich mir auch okay ja schöner toyota sei schon genau toyota pajero mit so bischi pajero schick schick zack zack legen wir das mal dahinter so dann kommen wir jetzt zu einem mazda cx5 river patrol car dieses schöne stück was natürlich auch noch eingepackt ist und was ich cool finde es ist in so einer extra box keine schlechte idee aber die box mal auf kriegen sie noch zugeklebt wie kann man prima die box aufmachen super hier man sieht die box da die autos er aus der verpackung kommen ist mir das ja scheißegal oder ob man das überhaupt sagen scheißegal ich packe das jetzt einfach aus hier ist noch folie drum ja dann mal hier die folie abmachen abmache 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 hallo weitermachen ab wie so ein chirurg ne abgemacht ist abgemacht oh das hört sich sehr nach keilriemen da draußen so machen wir jetzt ach das lege ich erstmal dahin so der wagen ist ausgepackt aus der folie jetzt werde ich den wagen mal aus dem dingens rausholen aus der verpackung ich hatte dieses auto schon mal gehabt damals alle tomikas verkauft leider also so ein ähnliches als polizei auto glaube ich hatte ich schon mal weil diesen der sieht richtig gut aus den habe ich mir geholt den wollte ich unbedingt haben schon alleine wegen mazda ja ich bin jetzt kein cx5 oder so freund ja geländewagen sind schon coole autos von mazda aber ich bin eher so der rx7 und mx5 freund und rx8 natürlich und ich habe jetzt auch noch mal aus dem selber mal einen 323 fbj gefahren also die letzte 323 f baureihe ja so sieht das auto jetzt aus ich glaube das gehört auch irgendetwas polizei mit dabei ich habe keine ahnung aber irgendwie river patrol car und ich habe schon mal videos gesehen wo diese autos auf autobahnen stehen und irgendwie so was da hinten ist ein japanisches schriftzeichen gedönst dran ja oben sind die blaue lichter federung federung ganz klar oh der ist hübsch passt der in die kästen rein muss ich nachher gleich mal testen weil ich möchte mir nämlich während ich auspacke euch was erzählen und zwar ich habe mir überlegt ich werde mir den oberen setzkasten wahrscheinlich leer machen mit meinen alten matchbox autos die werden wahrscheinlich weggehen ist auch ein paar einzelne werde ich wahrscheinlich verkaufen ja wenn sie vielleicht eine haben möchte einfach anschreiben facebook instagram tik tok glaube ich ist auch verlinkt einfach anschreiben vielleicht möchte der ein oder andere schöne alte 80er 90er jahre matchbox haben für seine sammlung oder einfach damit anfangen zu sammeln dann ist es ja perfekt ja und diese obere vitrine wird wahrscheinlich entweder da hinten oder hier wo die kästen hängen hin und da möchte ich gerne tomica einsatzfahrzeuge wie zum beispiel diesen schicken skyline r34 nissan skyline police car dem bin ich echt gespannt ja und es werden auch noch ältere polizei modelle ein klang finden oder einzug finden in meine sammlung auch wenn es ein bisschen teurer wird aber dann kauft man sich halt alle paar monate mal so ein oder einmal im monat so ein oh ich sehe das schon der grinst mich grinst mich schon an auf ist er leute da ist er drin ja r34 da bin ich so gespannt drauf und der sieht richtig gut aus ja und wie gesagt ältere polizei modelle möchte ich mir gern besorgen wie zum beispiel diesen habe ich ja schon aber geht ja noch älter wird natürlich noch teurer dann je älter umso teurer ähm ich labere einfach schon wieder viel zu viel ich hole jetzt das auto einfach mal aus der verpackung schade ist dass man hier keine türen öffnen kann ja aber der ein oder andere wird ihn bestimmt nicht schlecht finden steffen bose sei gegrüßt zum beispiel ja nissan skyline 1 zu 82 kann das sein 62 ich glaube 62 da ist das schöne auto ist der nicht schick auch vorne mit dieser was auch immer das ist wofür das ist ich weiß es nicht vielleicht weiß einer von euch wie dieses plastik schild hier heißt ich gehe mal davon aus dass es irgendwie insekten abhält oder schutzglas oder so ist keine ahnung ja wie gesagt da auf der mutterhaube man sieht es jetzt da ja hier schön der schriftzug hinten und verkenntlich ein r34 oben die nummer und dings dran ja und schön federung ja was man nicht alles so kriegt wenn man bastelt ja freunde das war es schon wieder gewesen von dem video mehr habe ich leider nicht es kommen noch 1 2 3 4 autos 5 autos zu mir der eine kommt wohl ein paket kommt aus der slowakei oder so keine ahnung auf jeden fall nicht aus deutschland und das könnte nächste woche schon da sein und wenn ich glück habe habe ich vielleicht samstag auch noch mal ein paket was ankommen könnte oder nächste woche und ich sage nur so viel wenn es wirklich ankommt demnächst wird es richtig geil unter anderen auch sowas dabei r 34 r 35 und ein gtr 2000 oder 2000 gtr gtx wie auch immer da ich jetzt mir eine kleine polizei oder eher gesagt japan polize sammlung aufbauen möchte naja ich rede einfach schon wieder zu viel gut danke dass ihr zugeguckt habt und bis zum nächsten mal schüß ich sag nur